Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein einzelner Artikel, nämlich die Reibkopfknaller von Niko Feuerwerk mit dem aktuellsten Dragon Label. Hier sind 20 Stück drin und auf der Rückseite sehen wir, dass die eine NEM insgesamt von 28 Gramm haben, das heißt fast anderthalb Gramm pro Böllerchen. Ich dachte mir, ich habe Lust auf ein Video, also wird hier eins hochgeladen, nämlich haben wir hier jetzt die Reiber. So sehen sie aus. Richtig schmicker eigentlich. Komm, legen wir mal einen hier hin. Wir gucken mal, vielleicht die einzelnen, genau 1,4 Gramm NEM, steht da schon drauf. Dann würde ich sagen, zünden wir den direkt mal an hier. Übrigens, geile Location oder Leute? Ja, gar nicht mal schlecht. Machen wir mal noch einen. Ja, machen wir mal noch einen. Dann schmeiße ich. Boah, ganz ehrlich, die sind sogar richtig laut. Also ich weiß nicht, doch man wird es ja wahrscheinlich im Video hören. Die sind wirklich gut. Machen wir mal direkt zwei Stück auf einmal. Ach genau, übrigens, wenn euch hier die Location gefällt und wenn ihr vor allem die Videos gut findet, wo ich auch mal einzelne Artikel vorstelle, also solche ganz einfachen Videos, wo ich nur einzelne Artikel vorstelle und keine großen Vergleiche mache, wenn ihr das gut findet und sowas gerne öfter von mir haben wollt, weil davon kann ich mehr rausnommen als von den ganzen Vergleichen, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil dann mache ich das. Also bitte schreiben, wenn ihr Bock habt weiterhin auf solche einzelnen Videos. Wenn ihr die zu langweilig findet, dann schreibt mir das auch bitte. Okay, zwei Stück auf einmal. Jawohl, das hat wunderbar funktioniert. Jetzt gucken wir mal. Machen wir noch den letzten. Den letzten aus der Packung. Jetzt machen wir mal. Ich wollte eigentlich den da drauf legen. Komm, machen wir den mal hier. Ich stelle den sogar hier rein und Jawohl, richtig gut, weil jetzt bin ich hier gerade hängen geblieben. In dieser blöden Kuhle. Naja, nicht so schlimm. Okay, also hier haben wir jetzt die Nico Reibkopfbörder getestet. Die sind echt gut. Jetzt ohne Scherz, ich glaube ich habe einen, man kostet so um die 1,50 Euro pro Packung, würde ich sagen. Also wer Reibkopfbörder mag, der ist mit diesen Reibkopfbördern auf jeden Fall gut bedient, weil die sind auch noch gut, die sind auch noch schön laut und die kann ich mir empfehlen. Kaufempfehlung, Leute. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben da. Nicht vergessen, bitte schreiben, wie ihr diese Einzeltests findet. Ob ihr die gut findet oder ob die euch zu langweilig sind. Und bewerte mal die Location hier. Zieht euch mal das hier rein. Ist immer richtig fett, oder? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Haut rein und bis dann. Bis dann.